Wir stehen hier mitten im Stift Artmund. Es ist Frühjahr. Hier haben wir Löwenzähne als Kunstwerk zu sehen, von Thomas Stiem. Draußen blühen auch die Löwenzähne. Ein herrlicher Tag, es zahlt sich aus zu uns zu kommen. Warum? Wir haben heuer ein ganz besonderes Thema, das Thema Natur. Die Natur ist ja ein Thema, das vielleicht gerade jetzt so aktuell ist, wie selten zuvor. Was sehen wir auch in dieser Ausstellung? Wie wir mit der Natur umgehen als Kultur und welche Gefahren damit auch verbunden sind. Und dass es doch gewisse Grenzen gibt, die ja in sehr kritischen Arbeiten durchaus aufgezeigt werden. Aber wir haben auch leichtere Arbeiten natürlich in der Ausstellung zu sehen.